hallo leute und herzlich willkommen zu einem patronen teilen minecraft survival games und ja heute wollte ich sagen dass das alles jetzt geklappt hat mit den 60 fps dass ihr jetzt meine videos in full hd und 60 fps angucken könnt das ist doch luxus oder muss man schon sagen das ist ein bisschen luxuriös und dafür braucht ihr nichts weiter als google chrome und ich denke das haben ja eh schon viele von euch also vermute ich jetzt mal ganz stark bei google chrome das ist ja der zukunftsborder sozusagen glaube ich so viel wissen habe ich nicht ach so wir haben schon einen eisenhelm ok wartet mal wir brauchen nur noch eine eisenhose und dann sind wir voll iron und das jetzt schon das ist wirklich cool das ist die sg 4 mit von fahrraden alter klassiker ich mag die map sehr da habe ich auch auf meinem alten kanal immer die videos gemacht von der fahrraden map hier und hier ist noch eine kiste direktteilung korrekt und danke dann pfeiler kann man auch immer mal gebrauchen wenn wir mal in den boden hätten eisen natürlich auch und äpfel auch ich vergesse einfach manchmal hier dieses shift und links klick um alles gleichzeitig aus der truhe rauszuholen und diesmal habe ich keine musik im hintergrund gemacht weil ich krieg das ich hab da immer so probleme mit wegen lautstärke einstellen weil ich auf den kopfhörern hier alles komplett anders höre wenn ich mit dem boxen macht das mache und wenn ich mit dem boxen höre dann hört ihr auch den sound doppelt und dann ist das nicht so schön nein 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 hier ist meine kiste die wurde allerdings schon leer gehört und lol ich finde das jetzt asozial die hier nicht aber eisen schuhe haben wir ja eh also uns fehlt nur noch eisenschwert wär cool und ne eisenhose die eisenschwert wär auch cool aber ich will ja jetzt nicht das glück zu dolle herausfordern ja jetzt noch eine kiste ich gehe hier immer so meine rute und wenn ich die rute abgegrast hab dann suche ich die spieler und mit den 60 fps läuft das ja auch so was von geschmeidig hab dann nie gesehen außer bei ein paar anderen leuten wahrscheinlich schon jetzt gehe ich weinen nein spaß beiseite ich gehe jetzt hier hoch hier ist doch auch immer eine kiste auf dem dach ja eine kettenhose ist kommstock auch nochmal und fisch kettenhose ist immerhin ein punkt besser so hier unten jetzt da wo die maus gerade ist ein punkt besser ähm sag mal wie heißt es jetzt ähm als die leder und die tour die geht ja nie auf stimmt ja die map war auch äh wo ich die aufnahme einmal verkackt hab ich hab einmal ja wie gehört da hinten eine aufnahme verkackt und die war so gut eigenschwert verzaubert und so ich bin mir auch gar nicht sicher ob ich das in der aufnahme eben die ich auch verkackt hab gesagt hab oder ob ich mich jetzt gerade wiederhole aber ist ja auch egal ich bin ja auch noch ein mensch ach so das ist nicht direktteilung 2 das ist normale direktteilung ist hier eine truhe wenn jetzt jemand die falle auslöst dann sind wir am piep aber äh das ich wollte gerade sagen aber egal aber das wäre gar nicht egal gewesen wenn wir genug essen haben wir noch nur noch ein eisen da können wir uns sogar eine hose machen das wäre richtig cool ja ich werde mir jetzt auch jetzt eine facebook seite erstellen ein eisen da ist es super ne ich würde mir erstmal ein eisenschwert machen ne ja ich mach mir erstmal wenn ich überhaupt dazu komme und hier niemand anderes ist erstmal ein eisenschwert jetzt ganz schnell ne so ne ich brauche noch zwei eisen ich weiß nicht ach so boah alter hab ich mich gerade erschreckt boah ich geh jetzt auf den drauf das stef mit startet jetzt eh ja komm komm her komm doch her putt 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 komm schon oh ja komm jetzt her ja ja das war gut ich wollte gerade schon äh gg schreiben aber es ist ja nur noch nix zu ende jetzt ist unser inventar zugemüllt aber egal denn jetzt fängt eh gleich das deathmatch an das war es auch eine ganz gute aufnahme good luck also gg äh gf und da ist nochmal da trank der heilung alles nur einmal heilung aber läuft doch läuft doch ach so es sind nur noch wir beide ne jetzt müsste ich dann natürlich so ein anderer jetzt müssen wir drauf komm come on jo gg gewonnen und ähm ich würde sagen das war es äh von dieser folge und ich würde sagen ciao ciao und wenn es euch gefallen hat lasst ein abo oder ein like oder ein kommentar da und dann jetzt wirklich ciao ciao